Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Wahlbeobachter und Wahlhelfer. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals sehr freuen. Um kein Video zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Am laufenden Band finden in Deutschland Wahlen statt. Kommunalwahlen, Landtagswahlen, die Bundestagswahl und die Europawahl. Jeder sollte bei allen Wahlen eine Stimme abgeben. Um sicherzustellen, dass die Stimme auch gezählt wird, ist es wichtig, dass vor Ort gewählt wird und die Auszählungen auch beobachtet werden. Ein Video zum Wahlsystem findet ihr oben unter dem i. Die Wahlbeobachtung findet am Wahltag statt, abends ab 18 Uhr. Sprich, wenn die Wahllokale schließen. Niemandem darf der Zutritt zum Wahllokal oder Einblicke verwehrt werden. Um beobachten zu können und beurteilen zu können, ob alles korrekt läuft, hier die Eckpunkte, worauf du achten bzw. wie du vorgehen solltest. Ganz wichtig, du darfst beobachten. Du darfst Fragen stellen, wenn du etwas nicht verstehst. Zum Beispiel, wenn ein Stimmzettel auf einem Stapel mit ungültigen Stimmen liegt und du den Grund nicht verstehst. Du darfst aber niemals im Weg stehen und die Wahlhelfer von der Arbeit abhalten. Welche Stimmzettel sind gültig und welche sind ungültig? Im Internet sieht man von Unwissenden oder Personen, die Wahlen manipulieren wollen, immer wieder Aufrufe, den Wahlzettel zu unterschreiben. Wahlen in Deutschland sind frei, allgemein, gleich, unmittelbar und geheim. Das Unterschreiben des Wahlzettels macht ihn ungültig, weil die Wahlen nicht mehr geheim wären. Gültig ist jeder nicht unterschriebene Wahlzettel, auf dem der Wählerwille zweifellos erkennbar ist. Ungültig wird er, wenn mehr angekreuzt wird, als dem Wähler Stimmen zur Verfügung stehen. Bei der Bundestagswahl sind gültig eine Erst- und eine Zweitstimme. Bitte den Vorsitzenden im Wahlvorstand um einen leeren Wahlzettel. Er wird dir den Zettel geben, nachdem er Muster oder etwas Ähnliches darauf geschrieben hat. Die Kennzeichnung ist notwendig. Beobachte, ob jeder Stapel zweimal gezählt wird von unterschiedlichen Wahlhelfern. Natürlich mit gleichem Zählergebnis. Achte darauf, sollte nach zwei Zählungen zwei unterschiedliche Ergebnisse vorliegen, dass der Stapel neu gezählt wird wieder von zwei unterschiedlichen Wahlhelfern. Am Ende werden sowohl die Zahl der Stimmen für jede Partei als auch für jeden Direktkandidaten, die Zahl der abgegebenen Stimmen, die Zahl der ungültigen Stimmen und das prozentuale Verhältnis bekannt gegeben im Wahlbüro. Diese Zahl sagt nur den Wert dieses Wahlbezirks aus. Notiere dir diese Werte. Zwei bis drei Tage nach der Wahl werden die Ergebnisse aus jedem Wahlbezirk auf der Webseite der Stadtverwaltung veröffentlicht. Vergleiche deine Notiz mit dem, was veröffentlicht wurde. Ist deine Notiz gleich der Veröffentlichung, ist alles gut gelaufen. Sollte es jedoch Abweichungen geben, informiere den Kreisverband der Partei, bei der dir die Abweichung aufgefallen ist, sodass entsprechend gehandelt werden kann. Handeln könnte eine Neuauszählung sein. Es ist ganz wichtig, dass auch die Briefwahlbezirke beobachtet werden. Nächste Woche kommt ein Video zum Thema Briefwahlen. Setze dich dafür ein, dass in deiner Stadt für jeden Wahlbezirk ein Wahlbeobachter sitzt, der deine Wahlpartei zu wählen vorhat. Das müssen nicht nur Parteimitglieder sein, sondern kann von allen Wählern gemacht werden. Nur zuschauen reicht dir nicht? Kein Problem. Bewirb dich für den Wahlvorstand in deinem Wahlbezirk oder in einem Briefwahlbezirk. Dann bist du mittendrin dabei und zählst selber die Wahlzettel mit aus. Bewerbung als Wahlhelfer ist immer möglich auf der Webseite deiner Stadtverwaltung. Im Wahlbezirk bist du dann auch noch einer derjenigen, der die Wahlzettel an die Wahlberechtigten herausgibt. In der Position musst du darauf achten, dass niemals mehrere Personen gleichzeitig in einer Wahlkabine gehen. Zudem ist das Fotografieren von Wahlzetteln streng verboten. Vergiss nicht, durch Prüfung des Personalausweises die Wahlberechtigung sicherzustellen und auszuschließen, dass jemand mehrere Stimmzettel abgibt. Natürlich dieses zusammen mit anderen Kollegen. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um darüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.